Makabar, 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 den Artikel in Sibyls Handtasche zu stecken. Ah, das ist die Sibyl, die sexy Bitch hier. Gott, hab ich hier irgendwas verpennt. Mit dem Einmachglas fang ich den Skorpion. Äh, das ging wirklich, was für eine krasse Scheiße. Seltsam, dass die Wachsmodelleurin von Stadt zu Stadt zog. Wachsfiguren sind oft zerbrechlich und sollten nicht bewegt werden. Als sie nach Red Lake Falls kam, verändert sich Holloway. Sie war vom Ideal der markenlosen Schönheit besessen. Sie meinte, ihre Figuren seien schöner als echte Menschen. Ich muss das Kaninchen aus dem Hut locken. Ja, hey, ich brauch das Möhrchen. Wo war denn hier das Wimmelbild? War das überhaupt hier? Was mach ich denn hier? Ich hab eine Aale. Was ist eine Aale, Mann? So, geh auf, Mann. Jetzt raschen wir hier aber durch, hier, ne? Hier. Die Schere ist zu weit weg. Aber wir haben dafür eine leere Schüssel. Iihihi! Armes Kind. Das, also meinte Zoe, als sie darum bat, wieder schön gemacht zu werden. Eine sehr nachvollziehbare Bitte. Für ein Kind. An die Schere komm ich nicht dran. Ich hab hier... Symbol neuen Lebens, Symbol alten Lebens. Hier ist ein Vorhang. Mann. Das Wachs kann ich nur mithilfe von Infrarotstrahlung entfernen. Weil hier auch irgendwo was ist, was drauf leuchtet. Ach, Mann. Ein Wimmelbild. Christbaum, Kugel, Pferd, unser Tier. Mornamura, ein Pferd. Ich brauch Schaukeln für mein Pferd. Christbaum, Kugels und, äh, ja. Dann haben wir hier eine Schiene und, äh, ja. Ein Teufel. Das ist also unser Tier. Hier muss ich etwas benutzen. Braut. Der Braut fehlt ein Schleier. Hier hab ich eine Kette, aber... Fuck, damn it. Ja, dann hebe ich hier eine Lok. Und die muss auf die Schienen, denke ich. What the fork? What the fork? Hier hab ich Garn. Das mach ich eine Perlenkette draus. What the fuck? Wie mach ich jetzt damit? Hier hab ich die Angelroute. Und wie mach ich jetzt aus der Zuckenlock... Äh, aus der Lockenzug. Aus der Zuckenlock. Aha. Tü-tü. Was hab ich bekommen? Eine Angelroute. Mit der Angelroute hol ich mir die Schere, denke ich. Weil das Spiel so unfassbar realistisch ist. Natürlich! Wir haben eine Schere. Mit der Schere machen wir... Ja. Keine Ahnung. Neues Wimmelbild. Jetzt die Karotze, die brauch ich. Für den Hasen aus dem Hut zu locken. Dann ist hier eine Puppe. Dann ist hier ein Armreif. Dann ist hier ein Fuchs. Ein Überfahrener. Dann ist hier Gelb. Das wollte ich dir sowieso abziehen, ne? Und, äh, dann brauch ich hier eine Säge. Dann brauch ich hier... Warte mal. Ich brauch ein Brett. Wo säge ich mir jetzt das Brett her? Nehmen wir erstmal die Pille. Dann brauch ich die Handschellen. Dann könnte ich mir noch die Sonnenbrille nehmen. Dann... Irgendwo sind Initialien. Nur wo? Vor allem, wo soll ich denn hier sägen? Hallo! Frosch! Okay. Hallo? Hier muss ich etwas benutzen. Nein! Nein! Echt? Habe ich das nicht eben fünfmal versucht? Verdammte Scheiße! Oh, hier sind die verfickte Frosch. Hallo, Frosch! Ihr wollt mich alle verarschen. Habe ich recht? Habe ich das nicht? Ne! 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 Hat noch jemand einen Frosch oder so in den Haaren? Oder ist er einfach nur wieder so offensichtlich, dass ich ihn nicht sehe? Dass ich ihn nicht sehen kann? Alter, wie sieht denn... Achso, Initialien suche ich. Oh, Facepomp! Äh... Die Initialien, wo könnten die versteckt sein? Die Initialien sind irgendwo hineingeritzt, aber wo nur, wo nur, wo nur, wo nur, wo nur? Wo nur? Ah, die hat jetzt jeder gesehen, ne? Ihr Schweine! Ich habe eine Schere. Mit der Schere konnte ich hier nichts tun. Hier brauche ich eine halbe Schlange. Hier muss ich einen Hasen aus dem Kaninchen locken. Jetzt habe ich einen Laserpointer. Yeah! Das heißt sogar Laserpointer im Spiel. Infrarot! Einige Teile fehlen. Hallo, Symbol des Lebens und so? Alter, macht mir das Scheißteil Angst, Mann. Hallo? Was fehlt denn hier? Fehlt mir hier Hebel. Ah, Hebel fehlen. Okay, was passiert hier? Ja, aber das wollte ich doch jetzt nicht. Sonrad und der Hebel passen nicht zusammen. Das hier passt. Das hier passt. Das hier noch nicht. Okay. So. Ich habe es raus, ich habe es raus, ich habe es raus. Gehen wir mal runter hier. Hallo, kleines Mädchen. Meine Mutter. Meine Mutter immer mir heruf. Was ist ja so? Ich will mich lernen, wie ich schäbte. Sie will mir lernen, wie ich schäbte. Ich habe es raus und spielen mit einer Balloon. Und sie verabschiedelt, hat sie haupte, auf meine Gesicht. Ich wollte nicht zu sein, ich will sie sich helfen, zu schäbten meine Gesichter. Ich will es sich perfekt haben, wie sie schäbte. Look at me now. I'm my mother's first special wax figure. After that, she wanted the whole world to be as perfect as I am. But now I see that perfection is death. It's an ugly little trap. Flaws are what will make us human and beautiful. Die Kleine macht mir Angst. Die ist irgendwie verhaltensauffällig und gestört. Ich glaube, die haben sich gefilmt hier für das Spiel. Vor der Kamera gelabert und im Tonstudio nochmal alles aufgenommen. Und durch die Dramatik langsamer gesprochen wie vor der Kamera und deswegen verschiebt sich ja alles. Alter, ist das ein krankes Spiel. Ja. Hier kann man eine Schale mit... Iiiiih! Wo ist meine Schüssel? Gott! Ach so, ich habe eine Laterne bekommen. Eine leere Flasche. Nö. Hi. Ja, aber was kann ich hier noch tun? Ich habe jetzt eine Schere, eine Laterne, Symbole des Lebens. Aber es bringt mir nichts. Geschliffener Stein. Hallo, was kann ich hier tun? Ich brauche einen Diamant. Oder einen Stein. Mann. Aha. Ein Pferd fehlt. Habe ich nicht. Jemand verdrehte Madame Holloways Besessenheit mit Schönheit in etwas Böses. Man spielte ihre Trauer gegen sie aus. Ich vermute, dass der Nilumbo-Kult hinter dieser dunklen Dimension steckt. Genau wie in der Stadt im Nebel. Gibt es hier irgendwie Zweiteile oder so? Was verpennt hier? Wo gehe ich mit den roten Blättchen hin? Die habe ich jetzt voll. Müssen die auch hier hin? So, wie viele blauen Figuren fehlen noch? So viele können das gar nicht sein. Sechs hier. Also sechs Dinger. Mann, wo muss ich hin? Nein. Ich verzweifle hier noch. Okay. Okay. Aber hier. Ach so. Ach so. Ach so. Steinblättchen. Aus dem Steinblättchen machen wir, glaube ich, ein Dreieck. Mann, 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 Mann. So, dreieckiger Stein. Hallo, Schriftzeichens. Verdammt. Die Wahrsagerin sieht ein wenig anders als die auf den Posteren. Moment, dies ist nicht Madame Nadine. Es ist Holloway. Madame Nadine hat den Code bestimmt vorausgesagt. Wohin mit dem Code? Gut. Oh, 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 oh. Oh. Ah. So, Kreisdingens, Dingens, Dingens, Kreisdingens. Kreisdingens. Dingens 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 und Prozent weibliches Dingens so Gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr Hallo, die Flasche muss voll sein Ups Was mache ich mit der Flasche voller Wachs Erstmal hier ein Wimmelbildspiel Puppenhaus Flügel